Musik 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 Ja, weil ich ja soo gut singen kann, ja. Zombies Spann Daaa! Es leckt Echt? Machst du? Ja, ne, es geht Ok, ich hab wieder keinen Ton Aussteigen oder nicht aussteigen? Leute, das wird schon wieder ne riesige Gruppe Das wird schon wieder ne riesige Gruppe Alter, nein Das, Sending? Wir haben das schon einmal geschafft, den Serverabschluss nicht zu lassen durch eine solche Scheißmenge Fuck Das Auto rollt rückwärts Bei mir Egal, lass rollen Sending, wieso bist du grad nicht ausgestiegen? Das hat Schaden ans Auto gemacht Da steht ne Feuerwehr Da steht ne Feuerwehr Wunderschlack 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 Falls ihr zufällig selber das spielt und wisst ihr wie wir das hier beheben können mit dem Leggen Schreib das mal bitte in die Kommentare Ja, das wär sehr nett Alter, das Auto rollt rückwärts Mach's hinter dir, mach's hinter dir Ja, ich seh das ja nicht Ja, ich seh das ja nicht Ja, ich seh das ja nicht Das leckst du dir Alter Alter Erkennen wir Alter Alter Poorexp Sechs für die auch deske? Nö Ist er noch hinter mir, Alex? Wie bitte? Ja, wie bitte? Ist er noch hinter mir? Nein! Ich hab den grad gekillt Alter, ihr in dem, in dem Oh Gott, wie viele Viecher ich jetzt hab In dem Restaurant ein Haufen Sachen zum Essen drin hab ich keinen Platz mehr Weil ich selber schon Essen dabei hab und so Ja, das bräuchte ich, das wär gut Was kann ich denn haben? Nein, was kann ich denn wegwerfen? Ich brauch doch bestimmt ein paar Sachen gar nicht mehr Binoculars Alter Das scheiß Magazin Was hieß? Was hieß nochmal Kot? Also C-O-T Wie krieg ich ein Magazin raus denn hier aus meiner Waffe? T und dann... Ach, das ist ja ein Bett Genau, ich hab ein Bett gefunden Ja, dann auch das Magazin Aber ich hab's nicht in meinem Inventar Na, dann liegt's unten Sech, da lag grad ein Yellow Schirmleid und ich hab am Anfang erstmal YOLO Schirmleid gelesen He, YOLO Scheiß Hipster, ey Nee, der legt ja auch nicht Ja, der legt's für mich Das hier, oh Penkelers Ja, das legt Vetermine Das kann nix Ich war... die Stadt legt aber immer irgendwie, oder? Ja, keine Ahnung Also ganz ehrlich, das Spiel ist echt nicht schlecht, aber das nervt wirklich, das ist echt richtig ätzend Oh Ob dafür können wir ja so gesagt nichts Ne, dafür können wir nichts Und Zombies snipe in 1,2 um das Spiel Alter dafür kann das Spiel was los Alex ich hab grad üblich auf die Fresse bekommen ich kenne wie für mich jetzt wie für mich in meinen die NATO-Magazin äh du gehst jetzt und musst ins Crafting-Menü und dann die Military-Money genau Military-Money musst du aber zweimal haben und das dann zusammen mit dem Magazin rein ihr müsst wissen eigentlich einer der größten Feinde bei diesem Spiel ist nicht etwa die Zombies die sind auch nicht schlecht aber aber eigentlich mehr das Ringen und das Essen weil das geht so schnell runter wenn man die Punkte nicht verteilt hat oder Schottimoney? ok ich bräuch' ne Waffe äh Trinken und Essen sind wo? in dem einen Restaurant war ganz viel oder was das war oder hab ich geplündert warte ich kann's weil ich eben wollte gerade sagen dass du gegessen hast ne ne trinken ist übertrieben da war halt so ne Motley Water-Dingsbums also trinken kann ich dir was geben nix denn ne trinken brauche ich nicht so da aber ich brauche eher warte Essen wär schon was cooles Potato-Ships mmmm lecker aber Max weißt du was mir gerade aufgefallen ist ne was Problem an DX Story könnte sein dass das dass das ja in Abi aufgenommen wird ja ich hab mit Abi extreme Probleme was so in die Vegas angeht naja muss man mal gucken hat jemand von euch noch kein Travel-Pack? also entweder ist das für euch liebe Zuschauer jetzt die erste Folge oder die fünfte ja mal gucken aber das von mir noch mehr rein nehmen ja geilich hat Regler und hier kommen wir hier in dem Dinner sind ganz viele Sachen drin Max Martin Waterloo eine Granola Bar aber die nehm ich mir hm wobei ich hab eigentlich genug zu essen bist du die Hamas? wo bist du? Martin Carrot ist mir hier drin ah genau hier komm er ich hab mal die Nikon konnte er einfach zusammen machen hm wer fährt er? wenn man immer fragt wer fährt er? als ob da sonst jemand den Wagen klaut hm 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 ich würd gern wieder nach Hause fahren ich hab nix mehr ich hab 52 trinken schon wieder ey da musst du Motley trinken oh ne ich hab aber auch schon 20 verletzt hier liegt hier irgendwo Vitamin oder so? naja bei der Base haben wir relativ viel Vitamine ja in der Post lagen noch von uns Vitamine oder? nein ich sehe aus wie so'n Ghetto-Schwarzer irgendwie er ist wieder weggefahren nein ich bin da und das Dorf schon ist komplett gelootet? keine Ahnung da ist ja in der Feuerwehr ein Generator-Lieb oder sowas Lolo-Shame-Light ich denk mal mit dem Shame-Light kann man ganz gut die Zombies anlaufen ja ich hab ein blaues bei mir momentan ich hab ein rotes Leute ich zeig euch mal die MOAB guck mal wie die aussieht komm mal her was ist denn die MOAB? ne AC-4 das ist so ne Bombe wir suchen was oder was? Wollen wir? nein komm wir zeigen's für die Aufnahme man macht den Feuerwehrwagen dran jo letzte Explosion ok soo ich hoffe ich jage mich jetzt nicht selber in die Luft aber das wärs das wäre wir ich bin ich bin die Welt Prozent ein Feierabend liegt aber er landet wieder auf seinen Füßen das bedeutet es ist die Katze Prozent ein Kater als es ist sicher dass es sind dass er Katana ist auch bei Katana die Kälte werden aber auch zu finden ich liebe es hat er von zu meinen ich bin ja verweckt nein wir sind noch nie geschoben zuerst aufgenommen das ist voll die Prost für was ist das Carjack eigentlich damit kannst du Autos in die Luft schleudern beziehungsweise ich glaube eher das ist so eine Art Abschleppen ja aber das funktioniert nicht ok dann kommt das Gefühl her Leute ohne müsste ich hab ich hab echt 59 trinken ich hab mal die Worte Peter ja hab ich 50 verletzt äh 50 Peter ja ok dann kannst du auch den Modus äh Juice trinken liegt irgendwo er kommt gleich dann lass mal zum Airfield fahren oder? also erst mal ja sogar noch 40 erst mal in die Bates zurück alle auffrischen ja und dann dort gibt's ja noch ein Auto kurz ist nur der Rucksack drin Dacktel Dacktel an Nüster uuuhh ha 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 warte her Max warte munition munition uuuhh 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 brauche ich uuuhh uuuhh Bökeleiter notgenau Eis ist ähm vorne ist noch wovie ich bin drin bei dir alex ich bin drin bei dir schön komm her komm her ich komme ich komme ich komme ich komme also zur ersten base auffrischen und dann wird getan ja bin ich dafür und dann zum großes projekt das war in der flugklafen war das das mit den hangars ja ja halb mach ich mal kurz oh es ist halb ähm meine lieben zuschauer machen wir kurz eine aufnahmeunterbrechung damit ich mal schauen kann wie viel festplatten speichere ich noch hab und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder bis gleich so da sind wir wieder es ist noch eine Menge Platz da und vorhanden und so und äh es geht weiter auf zur base alter ey sind zehnmal die gleiche Waffe auf einem Haufen alter ist alles zehnmal gespawnt nebeneinander what the fuck was ist das für ne Waffe diese ähm Barret Barrette oder Barrette ich weiß nicht wie ich hier hingekommen bin naja auch zehnmal dieser dieser Corollhute Girls daheim 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 keinen gibst der sie nicht macht die ducktaste die 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 ducktaste die die ducktaste wieso zombie weit Bei der Hose, Halt! Gun him! Gun him! Guck mal, was die Skills so sagen. Oh, geil. Ja, der Bad is over here. So, jetzt kann man das Ganze hier mal erklären. Also, das sind alles Sachen, die wir aus Stein gebaut haben, diese grauen Dinger. Oder die Tesco aus Stein gebaut haben. Das hier ist ein riesiger Haufen von Stein. Das sind Sachen, die aus Holz gebaut wurden. Und das ist ein Bayonet. Und hier sind auch noch Haufen Sachen, die aus Holz gebaut wurden. Tesco hat einfach noch gerade keine Lust weiter zu bauen, der kleine faule Sack. Problem ist, dass ich keine Experience habe und man muss Crafting Level 2 haben. Und es sind 150 XP. What? Na, du bist ein Zombie-Serk. Ja, bin ja die ganze Zeit auch unterwegs, deshalb würde ich jetzt ein Airfield machen. Mach Eier! Du bist da, du kannst ein Airfield. Okay, warte kurz, wir müssen trinken und essen. Ich will den Zuschauern unsere wunderschönes Bettenlager zeigen. Ja, haben wir alles von uns eingekauft. Bei Möbel Höfner oder vielleicht auch bei Ikea. Halt ja die Fresse. Nein, ehrlich gesagt hat Tesco das gebaut. So, und jetzt hören wir uns mal das zufrieden. Wo ist mein Auto? Hier ist ein Nightwischen drin. Hast du das jetzt genommen? Grünes Auto im Waldpark, wo ist mein Auto? Nein, aber ich würde es gerne nehmen. Er hat irgend einen Anspruch auf das Nightwischen? Irgendwann ist was, was ist mein Auto. Ey, das habe ich da reingetan. Achso, ist dein zu, okay. Ja, sag doch. Entschuldigung. Ich suche eher gerade mein Auto. So, ich muss jetzt mal gucken, was kann ich ihn hier noch hier lassen, was brauche ich ihn nicht. Was ist denn das? Ich kann ja auch sagen, mein Auto ist irgendwie weg. Ich glaube ich spinne. Achso, okay. Ich dachte gerade, hey. Das sah gerade komisch aus. Egal. Nein, nicht trocken. Leute, lasst mal die Militärmonie irgendwo hier reinpacken, dass man das mal nicht... Haben wir irgendwo Vitamine? Hier ist die Map, ne? Die zeigen wir später noch. Aber haben wir irgendwo mit Vitamine? Ja, die liegen draußen, liegen ein paar Vitamine. Wo genau? Das ist einer. Man, ich gehe ja krachen. Ich will mein Auto nicht mehr. Was ist denn eine Snare? Eine Bärenpfanne. Nice. Immer schön wieder anpflanzen, ne Max? Ja, ja, ja. Könnt ihr herkommen, ich will mein Auto nicht mehr. What the fuck? Das ist voll creepy. So. Fuck das. So. 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 10 reichen immer ne Max, wenn du 10 Samen machst, das kannst du dann immer für dich benutzen Was, du die Wasserflasche noch, Alex? Ja, aber ich muss mich selber mal noch... Ja, dann trink mal bitte Ja, mach ich Werden die, werden die bitte empty? Werden die bitte empty reingelegt? Ich, weil ich hab die so lange in meinen Gier gehabt, dass ich wieder Durst hatte und wollte grad weglegen, dann hab ich doch noch mal einen Schluck genommen Was machst du denn, wie dir passiert? Ich bin rausgegangen und sag mal, wenn die vier alten Flasche fertig ist Ach, du hast 100? Ne, hab ich nicht, aber trotzdem, sonst hört sich das Essen wieder Ok, kannst Leg sie genau hier vor Ist doch irgendwo was zu futtern da? Ja, warte, hier, komm her Hey, in der Kiste, hast du in der Kiste schon geguckt? Ne, aber... Na, in der Futterkiste sind auch was Sachen Ohhhh... Lass die Wasserflasche dann gleich weg, ich muss auch rausgehen Na, Uzi Sag ich mir Flughafen testen? Nein, ich bin irgendwo falsch abgebogen, jetzt bin ich am Dings, äh, am Golfplatz Wo sind meine Autos weg? Die ist weggerollt Oh Gott, die letzte Tomate, Leute Du kannst zu mir kommen, ich hab noch ein paar Sachen Hast du Wasserflasche aufgefüllt, Alex? Ja, ja Wieder reingelegt, oder? Nein, die liegt genau da, wo ich du dich ausgelockt hast Buddy in your channel, timed out Tschüss, Max Ne Ne Na, ich, ne wenigste, der hier, weil das mir nicht wieder früher an war Haha, früher Ah Wessen hast du es gewesen? Stanley, oder wie? E-Gookle Ja, Gemma Russell disconnected Und Stanley ist rausgefunden Haha Ja, ich bin 3 Sekunden im Früh, hab schon wieder 2% von mir Wahnsinn Sooo Wot zur Hölle ist mein Auto? Mach mal nice Sehr wieder Ach ja Ach ja Ja, gut, dann warten wir jetzt bis es weiter geht Und ich, äh, wir melden uns gleich wieder, weil Das ist grad so ein bisschen Leerlauf hier, weil keiner irgendwie da ist Muss der Test gehen Genau Bis gleich, tschüss E-Gookle du 鹿 Cross H Bis zum nächsten Mal.